Ich heiße euch bei diesem Video willkommen. Das ist das erste Video auf dem Kanal M-Files. Ich bin ein bisschen ergältet. Ich hoffe, dass dem Video keinen weiteren Abriss bzw. Abbruch. Wenn euch das Video gefällt, lasst es mich wissen, auf welche Weise auch immer. Wie gesagt, es geht in diesem Video um das Kreuz, an dem Jesus gekreuzigt worden sein soll. Dieses ist auch das heilige Kreuz oder auch unter dem Namen das wahre Kreuz bekannt. Man geht davon aus, dass das Kreuz im Jahre 325 von der Mutter des Kaisers Konstantin gefunden wurde. Dieses geschah, weil Helena um diese Zeit herum im heiligen Land nach den Sünden ließ, die mit dem Leiden und Sterben von Jesus Christus zusammenhingen. Neben dem Kreuz sollen auch die Nägel des Kreuzes sowie das heilige Grab gefunden worden sein. Die Geschichte berichtet weiterhin, das Kreuz sei zerteilt worden und dann an verschiedene Orte gebracht. Im Mittelalter ca. 6. bis 15. Jahrhundert soll eine Vielzahl von Splittern des Kreuzes im Umlauf gewesen sein. Wie zu erwarten zählen diese Splitter zu den wichtigsten Reliquien der Christenheit. Diese wurden in sogenannten Starotheken aufbewahrt. Es handelt sich also um die Reliquienbehälter für diese Splitter. Um die Legende herum der Splitter wurden dann die sogenannten heiligen Kreuzkirchen gebaut. Von denen gibt es einige. Um 325 wurde dies dann auch zum Anlass genommen, mit dem Bau der Grabeskirche in Jerusalem zu beginnen. Ein Teil des Kreuzes soll in die Papstkapelle Helenas Santa Cor gebracht worden sein. Und zwar ist diese in Rom. Ein anderer Teil soll nach Konstantinopel gebracht worden sein. Und der dritte Teil, von dem die Rede ist, soll in Jerusalem geblieben sein. Am 22. Mai 614 eroberte der Sardinengeneral Scharabatz Jerusalem. Dann soll die Reliquie nach Ketokien überführt worden sein. Dies war eine Stadt im heutigen Irak. 628 dann wurde die Reliquie wieder zurückgegeben, als es zu einem Friedensvertrag kam, den die Tochter Rosarus II. Moran Mayename aushandlte. Nach der Eroberung der Muslime im Jahre 638 gelten die Kreuzstücke aus Jerusalem als verschollen. Andere Quellen wiederum berichten davon, dass die Splitter in Kreuzfahrerkreisen wieder aufgetaucht sein sollen. Und noch andere Quellen geben Auskunft, dass die Splitter vor der Eroberung der Muslime in Konstantinopel in Sicherheit gebracht worden sind. Bei der nächsten Eroberung Jerusalems im Jahre 1099 sollen die Kreuzfahrer auf syrische Christen gestoßen sein. Sie und ihre Familien gaben an, das Versteck des Kreuzes zu kennen. Unter grausamer Falter wurden den syrischen Christen das Versteck des Kreuzes abgerungen. Hierbei wurden ihnen unter anderem alle Knochen gebrochen. Von dort an wurde das Kreuz, also das Stück aus Jerusalem, bis im Jahre 1887 bei allen wichtigen Schlachten und Kreuzzuggen mitgeführt. Hauptsächlich gegen die Sarazenen. Allerdings 1187 soll das Kreuzstück aus Jerusalem jedoch bei der Flacht um Hattin in die Hände der muslimischen Ayubiten gefallen sein. Seitdem wurde es nicht mehr gesehen. Als Konstantinopel im Jahre 1204 erobert wurde, sollen hunderte kleine Holzseile des Kreuzes ihren Weg nach Europa gefunden haben. Auch hier waren die Kreuzfahrer die treibende Kraft. In der Kölner Chronik der Könige wird zudem zum Jahre 1204 dann folgendes berichtet. Zitat Und dann nach deren Rückkehr in die Heimat wurde es den Kirchen und Klöstern gestiftet. Nun, was haltet ihr von der Geschichte? Ist es nur eine Geschichte aus einem alten, staubigen Buch? Könnte da durchaus was ran sein? Beziehungsweise glaubt ihr, dass sich Teile des Kreuzes oder vielleicht das ganze Kreuz auch in irgendeiner privaten Sammlung befinden? Oder vielleicht unentdeckt in irgendeinem Museumskeller vor sich her modern? Und hätte so ein altes Holzstück heute noch eine Bedeutung? Lasst es mich wissen. Bis zum nächsten Mal.